hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei no man sky schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid hier bei diesem geilen weltraum abenteuer junge junge ich habe einige menge zeug noch gefarmt wie den kohlstoff und so weiter die innen an sich die ist ein bisschen laut aber das macht nix wir haben auf jeden fall jetzt das hermetische siegel ja in der letzten folge bekommen und das gilt hier einzubauen wir brauchen auf jeden fall noch eine metallplatte das sollten wir hinkriegen so einfach im exo anzug herstellen einmal dankeschön da machen wir jetzt erstmal den impuls antrieb klar so einmal reparieren und dann die geschichte okay für die startschubdüse brauchen wir ja antrieb ja wir brauchen ja das ist so wie bei bei der autobatterie du musst eine oder sagen wir mal beim auto brauchst du bei der autobatterie und das ist sozusagen deine einspritzdüse mit elektro keine ahnung junge junge laber ich schon wieder müsste wir werden ein bisschen müde das könnt ihr verstehen ich habe den ganzen tag gezockt hier was wollte da von mir haben ich muss auf jeden fall jetzt den die kleine raffinerie bauen er geht ihr mit y hinein dann könnt ihr die kleine raffinerie herstellen so weil ihr müsst ihr die wasserstoffscheläge machen wo ist denn das hier hier die wasserstoff und dann brauchen wir ein bisschen treibstoff mit e drückt ihr start und dann geht das los so in der zeit können wir mal ein bisschen rum fahren vielleicht finden wir noch ein bisschen die wasserstoffgelee die wasserstoffgelee was ich schon wieder labere aber tut setzen wir nach ich bin ein kleines bisschen bewirrt brauchen wir doch gar nicht wir wollen nur noch reines fried junge 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 warte 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 verarbeitung stoppen noch mal zurück wir machen erst mal machen wir mal 50 stück oder 100 junge 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 jetzt hat er aber schnell abgebrochen ok das sollte schon reichen für uns passt den lassen ja auf jeden fall erstmal so stehen hier ich gehe immer mal wieder rein um das das auch ein bisschen abspeichert okay nur noch reines Ferit Technologie repariert jetzt ist so das Schiff ist repariert ist das geil oder ist das geil den nehmen wir auf jeden Fall wieder rein so ich muss mal kurz was machen hier wo war das nochmal mit X mit X könnt ihr reingehen in die Navigation und ein Foto-Modus heranholen die Höhe ändern so nochmal so nochmal runter das ist ein bisschen hackiges Zeug hier ja so dass man die Düsen sieht perfekt wir machen aber auch vielleicht so ein Screenshot perfekt wir müssen ja einige Sachen hier haben gehen wir mal rein hier wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Dinge herstellen mal gucken ob wir das können wir brauchen auf jeden Fall Treibstoff mach mal zwei machen wir mal drei Stück weil ohne den oh sind das vier ne drei hey wir haben doch schon oh das ist schön die Wasserstoff hey ein Treibstoff haben wir nur das ist nicht viel aber technologie aufgeladen technologie aufgeladen technologie aufgeladen technologie aufgeladen ja hauen wir das mal rein perfekte so jetzt sind wir eigentlich startklar dafür das alles systeme funktionieren suche antworten in den sternen hebe mit wir haben ja gespeichert los geht's mit der schrift hast du könnt ihr das ganze beschleunigen ein haufen krempel hier alle juli sieht es aus ok mit scannen mal gucken was das ist oder gibt es kaktusfleisch also den boost den teste ich mit links schrift bitte nicht durch und hopp genau space gedrückt halten und den impulsantrieb anzusetzen das ist also ein felsiger planet ja er hat kupfer pirit salz und kaktusfleisch machen wir nix da kam jetzt irgendeine nachricht an na klar tun wir uns identifizieren der grüne planet sieht cool aus aber ich denke mal der ist giftig okay geben wir mal die koordinaten ein Achtung navigationsdaten empfang ich wollte doch diesen planeten besuchen und wo sollte es jetzt sein ist es jetzt auf meinem planet das ist so verwirrend der ist auch noch unentdeckt scannen wir den auch mal das ist ja der den was wir haben das ist eine hohe wächteraktivität aber ich hatte keinen wächter ist es unsere unser standort ist da unsere basis ich würde schon eher zu dem da hingehen ja ich kann mich nicht entscheiden und außerdem drehe ich mich gerade im kreis was meint ihr wie es da im kotz übel sein muss es dauert eine woche für eine woche haben wir keine zeit alle 3 2 1 und gib ihm habt ihr da wächter entdeckt ich eigentlich nicht haltet eurem Magenfett es geht nach unten so ja ja ganz langsam vel ja ja ooh o o o o ex mal o o o o o o Gehen wir mal raus. Ah, guck mal an. Das sind halt die Wächter. Ich hoffe, du bist der Einzige. Und machst keinen Blödsinn hinter meinem Rücken, du. Ich behalte dich mal im Auge. Was ist denn das hier? Ah, nichts Wichtiges. Gucken wir mal die kaputte Technologie an. Ah, tun wir mal entschüsseln das ganze Zeug. 16, 16, 16. Kein Treibstoff. Station nicht erreicht. Kaum Gefahrenschutz. Keine andere Wahl als unterirdischen. Basis-Computer und ein Terrain-Manipulator. Hm, das kennt normalerweise jeder, der No Man's Sky spielt. Na, tun wir die mal extrahieren. Okay. Problematisch ist es geteilt. Zum Glück haben wir diese Sachen mitgenommen. Und den Terrain-Manipulator. Cool. Sollen wir dann hier gleich bleiben oder sollen wir ab? Aber nein. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Drohne da machen soll. Ich geh mal kurz rein und dann geh ich wieder raus. Damit sich das Ganze aktualisiert, dann wage ich mal meinen Versuch hier. Wo ist denn die jetzt? Da. Ich hoffe, die holt keinen Nachschub. Das wäre nämlich nicht so schick. Na, komm, weg da. Verstärkung trifft er einen. Alter, warum denn? Uuuuh. Uiuiuiuiui. Ich glaube, man sollte es nicht lieber schicken. Uuuuh. Uiuiuiuiuiuiui. Uua, uua, uua. Warte, 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 warte. Uuuuh. 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 Warte, warte, warte. Die ganze Turbulenzen hier. Wow. Also, an dem Planeten bleibe ich nicht lange, du. Das sieht mir was anderes aus. Was hübscheres. Wo seid mir, ha? Ähm. Alter, es gedrückt, nur das Ziel zu erfassen und zu verfolgen. Ah, so geht es. Yeah, geil. Heizte neu für mich. Wuuuuh. Wow. Ich hoffe, ihr habt einen starken Magen. Magen mitgebracht, ohne Essen. Wow. Uuuuh. Warte. 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 Komme. Hammer. Geil, geil, geil. Oh. Leute, was ist mit euch nicht richtig? also das geht ja mal hier ab, das ist richtige action da bekommt die unterhaltung geboten ja richtig geile sache du junge 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 übertreibt man nicht, übertreibt nicht, übertreibt nicht, übertreibt nicht, ah, meine schilder sind ausgefallen komm wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, ja oh junge 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 oh gott hey, was wollen die denn alles noch von mir ich glaube das machen wir nicht mehr lange mit ich glaube wir sind gleich dort ich glaube wir haben gleich nicht oh ha 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 schnell 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 oh man oh man wow huiuiui ey ich hoffe wir haben Zeit mitgebracht wir waren zu fertig oh gott die machen mich fertig hau ab ich bin überfordert, ich bin überfordert ich brauche was, ich brauche was oh jojojojoj ich habe halt keine energie mehr ich bin überfordert, 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 ich bin überfordert es geht ab hier wo sind die alle da sind die feigen und man das könnte schwierig werden ich habe so lehrgeld bezahlt eine munition eine munition es hört gar nicht mehr auf hier oh man oh man oh man oh man oh man ich bin so eine hanswurst ich pack's nicht ich pack's nicht ich pack's nicht komm 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 of schlecht Schnell, 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 schnell. Oh, Mann. Schnell aufladen. Wow. Wow. Sie haben alles kaputt gemacht. Ich muss abschischen, dass wir dich finden hier. Oh, Gott. Ich habe gar keine... Junge, Junge. Ich brauche Plan B. Eieieieieiei. Eieieieiei. Der Stadt dreht man durch hier. Das ist das, der Eitmann durch hier. Oh, Mann, oh Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm, 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 komm Oh je, oh je Nein Junge, 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 Junge Das Inventar ist weg Ich glaube, das Schiff ist weg Ich habe fünf Raumschiffe zerstört Zehn? Quill, guys Oh, danke Wahnsinn Okay Also damit habe ich nicht gerechnet Junge, Junge, Junge Ich weiß jetzt bloß nicht, wie ich hier wegkommen soll Ah, junger Vater, ey Ist das krass Was brauche ich denn dazu? Kupfer und verdichteten Kohlenstoff Ah, Natrium und Nitrat Leute Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Diese krasse Einlage, ey Das war ja mal hammerhart Der erste Flug Die Drohne Und dann noch diese ganzen Düsenschätz Was das hier ist, müssen wir uns in der nächsten Folge mal angucken Ich speichere ab Und danke euch fürs Zuschauen Ciao Ciao, ihr